So, da sind wir auch wieder zu Resident Evil 4. So, es geht auch sofort weiter. Die Prinzessentochter haben wir auch. Das kleine Schnittchen haben wir wiedergefunden. Und jetzt nehmen wir mal zu, dass wir hier Land gewinnen. Mein Papierflieger. Mit einem Lippenstiftabtruck. Wer kann das denn wohl bloß sein? So, komm her. Nehm. Vielleicht hast du das schon gemerkt. Aber du kannst durch den Müllschacht fliehen. Ja, das wird wohl die liebe Ada gewesen sein. Gut, okay. Hier müssen wir erstmal ein bisschen Ordnung machen. Das ist ja gar nicht hier. So, warte mal. So. Mal nach hier. Man braucht so... So ein Durcheinander hier. Steigt doch gar keiner mehr durch hier. So. So eine, und vor allem brauche ich hier eigentlich. Ich brauche den... Ich brauche doch den größeren... Koffer. Glaube ich. das ist auch noch so gut das haben wir auch den haben wir da den könnt ihr jetzt noch einmal nicht das aber jetzt nur so vergeudet 6 wie ist das? 8 machen wir mal so so wenn ich jetzt den jetzt wo kann ich den auch wieder reinpacken ohne dass er stört ich würde mal sagen einfach da hin jo da habe ich die waffen zumindest immer so zusammen ich würde mal sagen also das war ja schon dann nehmen wir jetzt mal hier die ich habe gerade gedacht da guckt einer durch die tür durch ok nachgeladen ist die ich würde mal sagen Leute dann los geht's wow wow ja weine ist ja wohl nie wachst du wow wow oh flieg dich flieg dich wow alter ja ist aber es stimmt doch mal das kannst du nicht überlebt haben ah kacke los mach schon boah alter das flätscht aber hier auch ne jawoll der ist lieber ja genau follow me das ist wie mehr nicht hier bisschen wenig oder vielleicht sollte man sich immer so ein bisschen heilen würde ich sagen ja das war nicht so dringend notwendig aber macht mir trotzdem mal lieber verwenden ja das ist fast voll er steht jetzt ja auch noch fast voll äh fast voll hätte er gesagt ja so ähm ja so nehmen wir jetzt aber mal die hier so wo geht's weiter durch ok wait wait oh ja ja oh auf dich oh du boah alter das war krass das geht schon Kannst du nicht an so einer sterben? Kannst du nicht einfach mal da hinten aufhören mit deinem Scheiß? Oh, Alter. Du gehst mir so auf alles. Ja, jetzt auf einmal geht das mit einmal oder was? Ach, dann, ja. Ja, genau, follow me. Guck mal, haben wir da irgendwas hier rumfliegen? Nee, von da kommen wir ja. Ja, warte mal, ja. Da ist echt nichts hier mit drin. Haben wir bestimmt schon alles abgegrast, ne? So gar nichts hier. So ein Kistchen oder so. Nichts. Ja gut, zurück mal das Knöpfchen. Ach, kacke. Du kannst mich gar nicht ziehen. Du willst mich. Alter. Alter. Ich gehe da auch gar nichts in den Runden oder was. Mann, 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 Mann. Okay. Da habe ich noch Munition für. Hm, ich würde es da einfach mal verwenden. Ja. Gut, ist das Wesen ist voll. Das ist ein bisschen sortieren hier. Naja, ich meine, ich kann die natürlich auch verwenden. Ja, ist klar, ne? So. Äh, nee, Quatsch. Erstmal die. Was ist das? Gut, dann nehmen wir jetzt trotzdem erst mal... Die. Ja. Ja. So. Haben wir es auch erklärt. Äh. So, wo geht's. Wer geht jetzt hier so rum? Hm? Ach, das ist schon mal gerade neben, ne? Hier ist es. Ach, wer weiß, was da wieder gelegen hat. Äh. Toll. Oh, cocker. Oh, cocker. Uh-oh. 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 What is that thing? Nicht, ja gar nicht. Ähm, jetzt aber schnell die hier. Die Typen kennt mich noch. Und erst mal hier. Ähm. Ausrüsten. Wow. Whoa. Wow. Ist das nicht lange, oder? Oh, wie? Was ist das? Oh! 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 das ist aber auch hier mit dem ziel manchmal ich muss hier irgendwas rum das vielleicht übersehen haben eventuell munitions technisch also er hätte sich ja verstecken können stimmt er kann sich auch verstecken oh da drüben ist was guck mal also schieben wir den erstmal hier runter schieb 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 was komm mit er ist los komm mit rüber hier sind wir glaube ich etwas sicherer so jetzt lasst du den Papa mal ran der macht das jetzt hier mal komm komm mit komm mit Wer sagt's denn? So, dann wollen wir weiter, ne? Oh, 20.000, sehr schön. Gut, was nehmen wir jetzt? Jetzt nehmen wir einfach mal die. So. So, gucken wir, hier soll hier noch irgendwas um, nicht? So, hier soll hier irgendwas übersehen, vor allem wichtige Munition oder sowas. Ja, die müssen jetzt überblanken, warte mal. Ach, da, warte mal. Ja, dann müssen wir eigentlich von der anderen Seite schieben, ne? Das muss ja dann so geschoben werden, ne? Ja, dann schieb mal aus, komm. Wir vermitteln, Ashley, tu was. So. Ja, da weiter geht's. Ach, kacke. Mann, 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 Mann. Was? Ja, war schon. Bist du denn auch tot? Ja, da geht's. Liegt jetzt da irgendwas hier rum? Munition, Munition, gar nichts. Ne. Gut, was haben wir jetzt sonst noch hier? Die war ja jetzt aufgeladen, ne? Aber... Ausrüsten. Gut, die sind da trotzdem immer jetzt wieder, würde ich sagen. Obwohl, komm. Wie waren die denn eigentlich hier? So, mal gucken, ist denn noch irgendwas hier rum? Nicht? Alter, hier sieht's aus, ne? Der Millhalle hier. So, grünes Kraut. Was war es uns jetzt hier? Komm, 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 komm. Das denn? Ja. Ist denn jetzt nicht checken, liegt hier irgendwas rum, was ich sehe, so? Da kommt man bestimmt auf jeden Fall nicht irgendwo gegen, naja, definitiv. Das riecht man doch schon jetzt, du. Nee. Ach. Schau, da gibt es eine Garte hier. Aha, okay. Da kommt man mit hier. Ach, kacke. Boah, heftig. Oh, das war jetzt fies. Ja. Ach, ja, komm schon. Äh, warte mal, ich mach mal ein bisschen Munition sparen, ja. So, jetzt nehmen wir die. Die. Ja, komm, hier los. Hier komm schon los. Wohl, was sagst du denn? Dem, 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 dem. Geht da noch besser, ne? So. Trotzdem. Einmal sortieren hier. Nee, heilen brauche ich niemanden. Sehr schön. Diesmal wissen wir Bescheid. Diesmal nehmen wir die, wir machen hier. Auf jeden Fall auf, äh, nachladen. Das ist ja wohl ganz wichtig jetzt. Das war, dann lasst ja. Gut, dann los. Ja, dann los, dann komm. Ich weiß, dass das Tor da ist. Wir wissen es doch, wir haben es eben gerade schon gesehen. Der kommt von hinten, ne? Erstmal diesen großen. Wir wissen. Woah, f*** dich. Ja! Komm schon wieder! Kacke! Schnell! Mach! Mach! Los! Mach! Ja! 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 Jetzt kommt schon wieder das Ding kaputt! Los! 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 Ja! 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 Jetzt ist er langsam tot! Das kommt schon! Los! Kacke! 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 Ja! 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 Ja!